Jetzt hörst du, verankert, finde Frieden mitten im Sturm. Andachten für 28 Tage. Erhältlich über www.gracetoday.de Viel Segen beim Hören. Tag 1 Dein perfekter innerer Friede War es in letzter Zeit stürmisch in deinem Herzen, in deinen Gedanken oder in deinem Leben? Vielleicht war es schwer, nach außen hin so zu tun, als wäre alles in Ordnung, während du insgeheim in deinem Inneren heftig kämpfen musstest, um den Kopf über Wasser zu halten. Falls du jetzt zustimmend nickst, sollst du zuerst und vor allem anderen wissen, dass du nicht allein bist. Das mag schwer zu glauben sein, wenn du dich durch die Last deiner Umstände oder Gefühle gefangen fühlst. Aber Jesus ist mitten in deinem Sturm bei dir. Und er ist absolut in der Lage, die Wellen zu beruhigen, die dich gerade zu ertränken drohen. Das gleiche tat er in der Bibel für seine Jünger, als sie in einem heftigen Sturm, der Orkanstärke hatte, auf einem See gefangen waren. Siehe Markus 4, Vers 37. Das Wasser lief bereits ins Boot und die Männer gerieten in Panik. Währenddessen lag Jesus schlafend im Boot. Der tobende Sturm konnte ihn nicht wecken, denn er wusste, wer als wahrer Meister die Wellen beherrschte. Stattdessen waren es die verängstigten Rufe seiner Jünger, die Jesus aus dem Schlaf rissen. Er stand auf und wies den Wind und die Wellen zurecht. Ruhe jetzt! Seid still! Der Wind legte sich. Und sofort herrschte eine große Ruhe, eine vollkommene Stille, siehe Markus 4, Vers 39. Lieber Freund, damit meine ich natürlich immer auch alle Hörerinnen, der Jesus, von dem du in der Bibel gelesen hast, ist derselbe Jesus, der heute in deiner Situation für dich da sein will. Die Stürme deines Lebens beunruhigen ihn nicht, aber die stummen Schreie deines Herzens finden seine volle Aufmerksamkeit. Und er ist hier, um dich als Kind Gottes aus deinen Nöten zu retten. Siehe Psalm 34, Vers 18. Auch wenn es vielleicht anders als bei den Jüngern nicht sofort passiert, kannst du sicher sein, dass Gott sich verpflichtet hat, in den Stürmen des Lebens dein Anker zu sein. Er hat versprochen, dich nie zu verlassen oder aufzugeben, und auch, dass dich nichts jemals von seiner Liebe trennen wird. Außerdem hat er gesagt, dass du durch seine Liebe zu dir mehr als ein Überwinder bist. Siehe Hebräer 13, Vers 5, Römer 8, Verse 35 bis 37. Es werden Stürme im Leben kommen, aber es gibt jemanden, der größer ist und an dem du deine Wirklichkeit verankern kannst. Wir beten, dass diese Wahrheit heute dein Anker sein wird. Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer, ist der Herr in der Höhe. Psalm 93, Vers 4. Tag 2 Es ist okay, wenn du dich fühlst, als wäre nichts okay. Gibt es Tage, an denen dein Herz nur noch von vergifteten Gefühlen überflutet wird und du dich fühlst, als hättest du nicht mehr genügend Kraft oder Hoffnung, um auf Gott zu vertrauen? Falls du dann durch deine Bibel blätterst und nach einer Geschichte suchst, mit der du dich identifizieren kannst, lass dir einen Mann vorstellen, der voller Angst, deprimiert und selbstmordgefährdet war. Dieser Mann war ausgerechnet der Prophet Elia. Obwohl Gott ihm gerade einen großen Sieg geschenkt hatte, fürchtete er sich trotzdem, als eine feindlich gesinnte Königin drohte, ihn zu töten. Er bat Gott sogar um den Tod. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? 1. Könige 19, Vers 4 Überraschung! Selbst große Männer Gottes können an einem Tag himmelhoch jauchzend und am nächsten Tag zu Tode betrübt sein. Aber Gott ließ Elia in dessen Verzweiflung nicht allein. Er sagte zu den Propheten nicht, komm mal wieder klar oder reiß dich zusammen. Stattdessen ließ Gott den erschöpften Propheten sanft schlafen und schickte Engel, die ihn mit warmen Mahlzeiten versorgten. Siehe 1. Könige 19, Verse 5 bis 6 Und auch als Elia die Nacht in einer Höhle auf einem Berg verbrachte, war der Herr bei ihm. Um ihn fragen zu können, was machst du hier, Elia, muss Gott dort gewesen sein. Siehst du, wie der Herr genau in dem Moment zu Elia kam, als es dem Propheten überhaupt nicht gut ging? Siehst du, wie Gott ihm dann seine Ängste nahm und sich um ihn kümmerte, bis er wieder heil war? Und zwar ganz ohne Belehrungen, dass ein so großer Mann Gottes es doch eigentlich besser wissen sollte oder stärker sein müsste. Lieber Freund, genau das ist es, was Gott heute für dich tun will. Es spielt dabei keine Rolle, ob dich gerade einfach alles nur anödet oder ob du in einem ausgewachsenen Sturm der Hoffnungslosigkeit feststeckst, wie es bei Elia der Fall war. Der Herr, der die Haare auf deinem Kopf zählt, kümmert sich um dich und wird dich mit seiner Liebe ganz sanft wiederherstellen. Du kannst so zu ihm kommen, wie du bist, vielleicht schwach, erschöpft oder deprimiert und darfst sicher sein, dass er dich geduldig und liebevoll wieder heil machen wird. Er wird die Angeschlagenen und Verletzten nicht beiseite schieben und die Kleinen und Unbedeutenden nicht ignorieren, sondern er wird die Dinge zuverlässig und konsequent in Ordnung bringen. Jesaja 42, Vers 3 Vers 4 Vielen Dank.